Amazon baut derzeit im Gewerbegebiet bei Osterweddingen auf einer Fläche von 45 Hektar. Ein Teil der 200 mal 500 Meter großen Logistikhalle ist fertiggestellt. Davon sollen Magdeburg, Oschersleben und die ganze Region Bürde profitieren. Eine große Herausforderung ist die zusätzliche Verkehrsbelastung, die Amazon mit sich bringen wird. So sieht man eine Anbindung an die B81. Wenn der Betrieb vollständig aufgebaut ist, könnte das Logistikzentrum bis zu 1000 Jobs bieten.